Ich bin Melissa Thulies und bin Pflegekraft bei der Aho. Ja, der Job kann einem sehr viel nehmen. Wer mir etwas zurückgibt in meiner Freizeit, ist mein Hund. Happy gibt mir schon viel, aber den Bewohnern gibt er halt noch mehr. Wenn die auch Happy treffen, das ist immer ein Bild für die Götter. Die Aho unterstützt mich in dem Sinne, dass er hier sein darf. Ich habe mit meiner Einrichtungsleitung gesprochen und sie hat mich dabei unterstützt, indem sie mir das volle O gegeben hat. Meine Kollegen sind halt total verliebt in ihn. Mein Job bei der Aho, die richtige Entscheidung für Herz und Kopf.